Jonas hat jetzt eine PS5. Echt jetzt? Ich will auch eine. Mittlerweile ist es gut, es sollen immer mehr Leute haben, weil ich will auch, dass ich sie erst hab, wenn's wirklich Bock, dass auch Leute zocken. Ey ohne Witz, da hab ich gestern noch gedacht, äh gestern sag ich schon, vorhin noch einen Gedanken drüber verloren, es wär eigentlich für dich halt echt suboptimal eine PS5 zu haben, ne? Ja, das haben wir schon öfters drübergegeben. Ja, es zockt echt keiner, aber es zockt eh keiner mit mir, also von dem her ist es eigentlich auch egal. Oder du spielst halt die PS4-Version auf der PS5, hast trotzdem mehr Leistung. Ja, das wär gut, klar. Stimmt, stimmt, das hab ich auch lange gezeigt. Aber ich will meinen Account übertragen. Und dann mach ich mir neun Account. Oder mach halt zweiter Account, ne? Schwitz. Ja, man kann den Account übertragen. Aber dann kannst du nicht mehr PS4-Version spielen. Gut, dann kannst du halt nicht mehr auf der PS4 spielen. Dann kann ich auch die PS4-Version nicht mehr spielen. Ich kann nur die PS, ich kann nur von PS4 auf PS5 übertragen, aber dann auch nicht mehr die PS4-Version auf PS5 zocken, sondern nur die PS5-Version. Das ist auch so dämlich, Digga, warum haben die es damals nicht erzählt? Das hätt ich halt niemals gemacht. Ja. Das wär voll doof. Ja, das... Auf jeden... Wenn du nicht die PS4-Version talkst, dann... Das machst du dann. Kannst du den... Ja, voll, Digga, die... Die können uns zulabern, wie die wollen. Das wär safe-technisch möglich. Die wollen einfach nur, dass du mehr Geld ausgibst. Glaubst du? Diese Schweine. Ja, natürlich ist das nicht. Natürlich, Digga! Das ist das Playlist Software. Ach, das meinst du jetzt? Ja, das wär safe-technisch möglich, glaub ich auch. Wie das scheiß ein Entwicklerstück kriegt, das sind nur Rockstar Games wieder nicht. Die waren einfach nur, dass du doppelt Geld bezahlt, diese Schweine. Weil viele halt sagen, nee, ich will das nicht übertragen, dann hol ich mal die PS5-Edition nochmal und zock auf einem anderen Account. Ja, true. Weißt du, dass sie nochmal alle 20€ ausgeben. Ja, true. Solche Schweine, fickt euch, fickt euch alle Rockstar Games. Niemals kriegt ihr mit dem hier, äh, wie nennt man das hier, so ein Partnerschaft. Äh, doch, meldet euch ruhig Rockstar. Ich wär da eigentlich ganz offen für. Mach dir alles kaputt, fickt euch Rockstar Games. Nee, Rockstar rührt nicht auf den. Scheiß auf den. Wer ist das? Rockstar, beste Firma, wirklich. Rockstar, beste Firma. Ey, Junge, GTA, so ein geiles Spiel, Alter. Ey, Simon, wie fandest du Red Dead Redemption? Digga. Ja. Ach, Fehler. Red Dead Redemption, Digga, das ist doch ein schwieriger Name. Ey, dieses Copped Redemption war cool, ja. Hast du Leute durchgezogen, sagst du? Nee. Du? Auf gar keinen Fall. Nee, es war ohne Witz geil, aber ich weiß nicht, irgendwie hat es mich nicht so... Bei diesem Singleplayer irgendwie dann durch die Reparier... Das war irgendwie viel zu krasses Game, man konnte alles machen, aber irgendwie hat es mich nicht zufriedengestellt. es war geil ich hatte einfach keinen bock die mission zu machen weil was reizt mich das toll dann kannst du über ein schnelles pferd holen geile ich denke man muss aber wirklich sagen dass wir jetzt hier sitzen und nach acht jahren oder ich weiß gar nicht wie viele jahre sind immer noch dieses scheiß gta-spiel ist eigentlich auch völlig der neun jahre jetzt neun jahre überlegte das kategor das heißt zehn jahre draußen und ich habe ich habe sie für drei plattformen gekauft die schweine hat es hingekriegt dass für das gleiche spiel drei ich muss mal dankbar sein die er hat es geschafft dass irgendwelche leute in der zeit neunmal für selbe spiel da bin ich auch völlig mit drin ganz klar